Matthias Bader heute hier bei uns. Letztens als Linksverteidiger gespielt, davor als Rechtsverteidiger. Allzweckwaffe, oder? Was ist dir lieber gewesen? Ich bin auf der rechten Seite zu Hause. Da bin ich auch Profi geworden und das ist meine ganze Jugend gespielt. Und ja, letztendlich spielt man da, wo der Trainer einen aufstellt. Aber rechts ist mir schon lieber. Rechts ist lieber. Jetzt sind wir am kommenden Samstag. Geht es gegen VfL Bochum. Das zweite Heimspiel in Serie. Wie sehr freut man sich darauf, auch weil es wieder ein Heimspiel ist vor den heimischen Fans? Und weißt du schon, wo du da spielen wirst an dem Tag? Ich habe noch keine Ahnung, wo ich da spielen werde. Natürlich freue ich mich auf Heimspiele ganz besonders, weil ich finde, dass die Fans hier sehr dankbar und sehr positiv sind. Das habe ich so in Köln nicht so mitbekommen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Du bist ja gut angekommen, bist im Winter gekommen, hast einen längeren Vertrag hier unterschrieben. Wie sind denn deine ersten Eindrücke jetzt? Also du hast immer gespielt eigentlich und bist, jetzt fällt gleich die Leinwand um, bist eigentlich gut angekommen, sportlich, privat auch alles gut. Und wie ist Darmstadt so für dich die ersten Wochen, muss man ja mittlerweile sagen? In Darmstadt bin ich gar nicht so viel unterwegs. Ich habe mir ein Haus auf dem Dorf gesucht, damit ich dort in Ruhe mit meinem Hund und meiner Freundin schön viel draußen sein kann und das Leben genießen kann. Ja, dort ist alles super. Haus ist natürlich noch nicht eingerichtet, aber wir ziehen jetzt demnächst um und ja, so bin ich hier angekommen. Sehr positiv. Solange das Dorf nicht Frankfurt heißt, ist glaube ich auch alles okay. Heißt es wahrscheinlich nicht. Noch abschließend ein Tipp fürs Wochenende. Bochum, wie gesagt, Heimspiel wieder. Ihr habt jetzt die letzten vier Spiele gewonnen. Die Serie könnte weitergehen so wahrscheinlich. Natürlich. Das hoffen wir natürlich. Alles klar. Tausend Dank. Alles Gute.